Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Video auf meinem Kanal, diesmal bin ich mit meinem Side-Account und ich habe natürlich den Namen auch geändert Ja Leute, das heute nur nur so ein ganz kleines Info-Wilo werden und zwar ich werde wahrscheinlich in den in den nächsten Tagen mit YouTube Streaming aufhören und deswegen heißt es für mich dass ich jetzt auf Twitch-Streamer und zwar weil er weiß auch 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 so ein so ein kleiner Grund ist weil ich habe umgekehrt kein Bock mehr auf YouTube Stream also als weiter in die Videos mache ich ja also das hat nur eine kleine Info sein mein Twitch-Kanal den verlinke ich da heißt ich das so geschickt BMX genauso wie auf YouTube ja ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder auch einen schönen Morgen und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal hot rein und ciao ciao bis zum nächsten Mal